Untertitelung des ZDF, 2020 Und das haben wir es gegeben. Für alle, die die Osterhase entlasten möchten und die Eier selber färben, hat unsere Eierabteilung für das Wochenende ein interessantes Angebot parat gemacht und offeriert Ihnen 15 Schweizer Eier von der Klasse A für nur 5.70 Franken. Das sind pro Stück 38 Rappen. Gleich viel also, wie man schon vor 15 Jahren für ein Ei bezahlt hat. Und das erst noch als bodenhaltig. Ausser zum Färben empfehlen wir Ihnen die besonders günstigen Eier von der Klasse A auch zum Bachen. Für Küche, Götzli und so weiter. Also für alle Gerichte, die durchgekocht werden. Für Frühstückseier, Spiegeleier oder Dessert, also für alle Eiergerichte, die nicht durchgekocht werden, empfehlen wir Ihnen hingegen die noch frischeren Eier von der Klasse extra. Gemäss Lebensmittelverordnung müssen die Eier innerhalb 17 Tage verkauft sein. Damit Sie das selber überprüfen können, ist bei uns jedes Ei von der Klasse extra mit dem Legedatum bedruckt. So haben Sie die Sicherheit, dass die Eier, die Sie gekauft haben, auch tatsächlich extra frisch sind. Und in dieser Beziehung sind Sie dem Mosterhals um eine Nasenlänge voraus. Vielfältig und abwechslungsreich ist auch das Angebot an bekannten Marken bei Coop. Heute wieder zwei Beispiele. Die Dänen sind ja wieder mal schön verrückt. Ganz anders, als wir uns das gewohnt sind. Ob das echt mit dem komischen Praline zu tun hat? Komisch nicht, die Praline. Sushar Papillon. Das Schokoding mit leichter Füllung drin. Aber wir ändern uns nicht. Wir bleiben bei der gewöhnlichen Praline. Gell, Rutli? Er gelingt immer. Sofort. Das ist das Schöne an diesem neuen Tee von Lipton. Der muss nicht erst ziehen, denn es ist löslicher Tee. Löslicher Tee, der immer schmeckt. Wenn man dazu kommt, den zu trinken. Der neue lösliche Tee von Lipton zaubert Genuss, Tasse für Tasse. Papillon von Sushar und der neue lösliche Tee von Lipton. Zwei Produkte, die Sie bei Ihrem nächsten Einkauf nicht verpassen dürfen. Jetzt möchte ich Sie aber einladen zum Rezept vom Coop-Kochstudio. Und zwar ist diese Woche eine überbackene Omelette-Torte auf dem Programm. Ein Rezept, das das Haushaltungsbudget richtig schont. Es geht so. Weiss- oder Halbweissmehl, Salz, drei Eier, Milch und Wasser zu einem Teig verrühren und 30 Minuten Ruhe. Dann wenig Bratbutter in einer Teflonpfanne erhitzen und aus dem Teig 10-12 dünne Omelette backen. Für die Füllung braucht es verschiedene Gemüse wie fein gehackte Zwiebeln und Knoblauch, in streifen geschnittenen Lauch, Rüeble und Herdöpfel mit Rösti-Raffelgerieben und blätterig geschnittenen Champignons. Das Gemüse in einem Esslöffel Öl ca. 5 Minuten dämpfen. Eine kleine Dose Pilati und ein Esslöffel Tomatenpüree beifügen. Mit einem Deziviswein ablöschen und mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen. Jetzt die Füllung ungefähr eine Viertelstunde köcheln, dann eine Dose Mais abtropfen und zum Gemüse geben. Eine Springform oder eine runde Auflaufform mit Butter ausstreichen. Die erste Omelette dreilecken, mit 2 Esslöffel Füllung bedecken und mit Griben und Graijäzer bestreuen. Dann genau gleich mit der zweiten und allen weiteren Omelette vorgehen. Anschliessend kommt die Form in den vorgeheizten Ofen, wo man sie während 20-25 Minuten überbacken lassen lassen. Zum Servieren wird die Omelettentorte wie ein Kuchen in Portionen geschnitten. Ein grüner Salat passt übrigens sehr gut dazu. Wenn Sie das Rezept möchten ausprobieren, finden Sie es wie gewohnt in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen! Das, wie gesagt, ein Rezept, das das Haushaltsbudget schont. Weitere Tipps zum Sparen haben wir Ihnen jetzt noch im Aktionsteil. 1 kg Goldstar Pommes frites, tiefgekühlt, kostet nur 3.20 Franken. Ab 3 Tauben Tomy-Mayonnaise gibt es jede Taube für 1.90 Franken. Die Aridor Ostereili 500 Gramm kommen Sie für 7.30 Franken über. Verschiedene Brote sind jetzt günstiger. Sonnenbrot zum Beispiel gibt es für 1.50 Franken. Gut dazu passen Weichkäse. Der Gonta-Duch-Kräuter gibt es für nur 2.70 Franken. Und das Kalbfleisch ist jetzt 20% günstiger. Ausserdem offerieren wir Ihnen diese Barbie zum Strählen und Frisieren für nur 22 Franken. Und hier noch der Coop-Preisabschlag. Goldstar Käsküche kostet von jetzt an nur 3 Franken. Günstig diese Woche auch wieder der Vorschlag aus dem Coop-Restaurant. Ein Spätzlegratin nach Älplerart mit Äpfelmus für nur 9.20 Franken. Ostereier, bekannte Marken, ein Rezept und günstige Aktionen habe ich Ihnen heute im Coop-Studio vorstellen dürfen. Danke vielmals für Ihr Interesse und auf Wiedersehen in einer Woche.